Heute bei der Bachelor. Ich bin wirklich hier, um mich zu verlieben. Angst vor dem Verlieben an sich habe ich nicht. Was macht ihr da? Angst hier drinnen, mich zu verlieben. Ein bisschen. Es ist nicht so, wie es aussieht. Scheiße. Ich genieße jede Minute mit dir. Ich möchte mich traurig nach Hause fliegen. Da habe ich echt ein Problem. Natürlich probiere ich jeder Frau auch da die Möglichkeit zu geben, mein Herz noch zu erobern. Ja, aber ich klicke mit dem so gut, Alter. Das kann nicht Einbildung sein. Er muss aussortieren. Geil, mit Drama. Es ist halt so schwierig, ihn nicht zu mögen, gell? Würdest du dich mit mir jetzt draußen treffen? Das Ungewisse, das ist so nervig hier. Ich muss anfangen, Gefühle zu festigen und zu intensivieren. Das ist echt ein sehr kritischer Punkt, gerade so. Also ein Punkt, der irgendwie eine Wende auch mit sich bringt. Wir sind jetzt auch kein Roboter, der einfach seine Gefühle aufstellen kann. Jetzt geht es los, dass man Einzelkämpfer wird. Ich glaube, wir kennen uns so fünf Prozent. Ich habe ein Anliegen. Oh. Wir hatten ein superschönes Date. Du frisst mich mit deinen Blicken auf, okay? Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Ich hoffe sehr. Ja, es gehen schon wieder Frauen, die ich echt gern habe. Es ist wieder Rosenzeit und diesmal bin ich am Zug. Ob ich meine Traumfrau finde, könnt ihr auf RTL Plus erfahren. Am besten abonniert ihr auch gleich den Kanal. Und wenn ihr die Highlights mitverfolgen wollt, habt ihr hier die Chance. Also, wir gucken uns. Untertitelung. BR 2018